Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 72.500 US-Dollar. Wir stehen kurz vor einem neuen All-Time-High bei CME Futures. Haben wir bereits neues All-Time-High erreicht, aber halt noch nicht in, ja, oder zumindest auf manchen Börsen. Aber es sieht mittlerweile wirklich, wirklich gut aus, auch wenn die Indikatoren jetzt langsam aber sicher am Limit sind. Die Märkte sind in Euphorie, ob es jetzt Aktienmärkte sind, ob es jetzt hier die Kryptomärkte sind. Auch die Altcoins ziehen langsam wieder ein bisschen an. Wir schauen uns auf jeden Fall an, was für Trade-Möglichkeiten möglicherweise noch bestehen, wie es weitergeht. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch zuletzt wieder viele Altcoin-Videos gemacht. Also schaut euch die gerne an, wenn euch das noch interessiert. Und wenn ihr eine Börse sucht, wo ihr das alles traden könnt, beziehungsweise auch kaufen könnt, kann ich euch nur meine Partner bei Bingx empfehlen. Momentan auch immer noch dieser Trading-Wettbewerb. Also meldet euch da gerne an. Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, ja, 72.500 US-Dollar bei Bitcoin, kurz vor dem neuen All-Time-High. Es sieht nicht wirklich schlecht aus. Ich habe ja letzte Woche nochmal die Position verdoppelt bei Bitcoin. Das heißt, Entry ist jetzt hier unten so bei 63.500 US-Dollar. Habe aber auch nochmal zwei Take-Profits genommen. Und jetzt warte ich erstmal. Momentan hier reinzuschorten, gefällt mir ehrlich gesagt nicht, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wir uns die Liquidität hier über unserem All-Time-High, also ich mache jetzt mal die Box hier hoch, dass wir uns die noch ziehen, weil hier das All-Time-High nur mini-minimal verfehlt wurde. Es ist gut möglich, dass wir sogar noch ein bisschen drüber pushen in Richtung 74.688 US-Dollar. Es wäre trotzdem gut, nochmal einen Rücksetzer danach zu sehen. Das heißt, das All-Time-High zu knacken, wahrscheinlich hier oben eine Menge Shorts dann nochmal zu killen und dann nochmal einen Rücksetzer zu sehen. Und die sind so ungefähr bis 69.400 US-Dollar. Einfach so um diesen grünen Preisbereich, ich zoome jetzt gleich hier nochmal raus, um diesen grünen Preisbereich, wo wir immer wieder Widerstand hatten, hier 1, 2, 3, 4 und dann das beim fünften Mal durch sind, diesen nochmal zu bestätigen. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, so auf den ersten Blick, wenn wir mal das FIP-Level hier so ziehen, ich mache es mal bis zu unserem All-Time-High, passt das auch sehr, sehr gut mit dem 0,5er Fibonacci Retracement-Level. Das heißt, dass wir uns hier als Support knallen und dann wirklich entweder die Reise wirklich fortsetzen in Richtung 80.000 US-Dollar, weil da dann das übergeordnete nächste FIP-Level liegt, oder wir brechen dann wirklich runter und es gibt eine Korrektur. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich momentan sehe. Wir können uns das Ganze aber auch nochmal auf dem Daily-Time-Frame angucken und dann uns wirklich nochmal das FIP-Level komplett übergeordnet einfach reinziehen. Wenn wir mal, naja, da müsste ich jetzt nochmal zurück, ja, fuck, nee, vergesst es, vergesst es, das machen wir nicht. Das macht jetzt gerade keinen Sinn. Machen wir das nächste Mal, beziehungsweise mache ich da nochmal ein extra Video raus, wo dann möglicherweise Ziel hinkriegt. Ich habe keinen Bock, euch jetzt irgendwie ein FOMO oder sowas reinzukriegen. Ihr wisst, so bin ich nicht. Also für mich Bitcoin jetzt möglicher Short-Entry erst hier weiter oben. Da will ich eine kleine Konsolidierung sehen, dass wir uns nicht ewig lange oder beziehungsweise nur ein kurzer Dip da oben rein, wäre kein Short-Szenario für mich. Wenn wir hier wirklich eine kleinere Konsolidierung sehen, dann könnte es nämlich auch hier oben dann bedeuten, dass wir eine kleine Altcoin-Season sehen. Okay, Fachbegriff Altcoin-Season ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest, dass die Altcoins ein bisschen nachziehen werden, nachdem Bitcoin dann ein neues All-Time-High erreicht hat. Funding-Rates sehen alle noch normal aus. Also auch da müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Aber auch nur nochmal so als Reminder, ich sehe die 48k immer noch. Also ich schreibe die momentan immer noch nicht ab. Wir wissen nicht, ob wirklich Trump gewinnt, weil das schon ziemlich mittlerweile eingepriesen ist. Wir wissen nicht, was wirtschaftlich vielleicht noch passiert, auch wegen Japan und den Carry-Trades und sowas. Das wird alles noch in den Sternen stehen. Deswegen haltet euch mal noch ein bisschen fest, bevor ihr jetzt zu viel Euphorie verspürt. Aber ich finde es cool, endlich ein neues All-Time-High dann möglicherweise zu kriegen. Ja, gehen wir mal rüber zu einem Altcoin, und zwar Ethereum. Hier nähern wir uns jetzt auch langsam ein bisschen unseren Zielen. Ich habe ja gesagt, 2800 US-Dollar wäre so ein perfektes Ziel, wo wir uns wieder mal einen Short krallen könnten. Das war das Ziel von letzter Woche, bevor wir dann die Korrektur bekommen haben. Kann ich mir aber immer noch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eben diesen Preisbereich hier oben erreichen. Wäre perfekter Short-Entry für uns. Und dann möglicherweise auch mit einer größeren Korrektur, die dann auch mit Bitcoin übereinstimmt. Aber auch hier gilt, ich will bei Bitcoin eben diese Konsolidierung sehen, um dann möglicherweise auch bei den Altcoins hier wirklich Short-Szenarien einzugehen. Weil wenn Bitcoin einfach nur kurz reindippt, und wir kriegen sofort Instant Dump, glaube ich nicht, dass wir hier oben dann überhaupt dieses T-Level erreichen. Da müssen wir uns dann mal angucken, wenn es soweit ist. Aber der Short-Trade von letzter Woche, der bleibt immer noch. Ich kann mir vorstellen, dass Ethereum das eben holt, weil wir hier auch vergangenheitsmäßig dieses Level sehr, sehr interessant ist, zwischen 2860 bis 2830 US-Dollar. Das ist eine sehr, sehr markante Zone. Brechen wir darüber, ganz ehrlich, dann haben wir Luft bis 3000 oder sogar 3100 US-Dollar. Das sehe ich aber ehrlich gesagt momentan noch nicht wirklich. Und möglicherweise, ich weiß nicht, ob es einen Wyckoff gibt, erinnert mich auch ein bisschen daran. Aber Wyckoff, nur so ein bisschen ein Bild im Kopf momentan. Ja, Gold, neues All-Time-High, habe ich aber auch letzte Woche dazu geschrieben. Das habe ich meinen Gold-Short-Trade auf Stop-Loss-Entry, beziehungsweise sogar, ich glaube, ein Dollar oder sowas im Plus, also ein Dollar vom Chart her. Im Plus geschlossen war die perfekte Entscheidung. Wir gehen zu neuen All-Time-Highs. Nächstes Ziel sind dann hier oben die 2810 US-Dollar. Das wäre dann nächster Short-Entry. Long-Position läuft weiterhin und dann müssen wir einfach mal gucken, wann wir die auch das nächste Mal verdoppeln werden. Also hier momentan Short-Entries zu finden, würde ich einfach nicht machen. Wir warten einfach hier weiterhin ab. DAX-Trade, auch hier überhaupt nichts getan. Das ist immer noch das Szenario von letzter Woche, also übers Wochenende oder den letzten Tag, wo ich keine Videos gemacht habe, nicht wirklich was verpasst. Es tut sich nichts. 19.800 US-Dollar traden wir weiterhin. Ja, beziehungsweise dort ist unser Short-Entry hinterlegt. Ansonsten müssen wir jetzt erst einmal abwarten, was da noch so passiert. Ja, ansonsten, last but not least, Euro gegenüber US-Dollar hat es ein bisschen hier gefangen. Auch Bestätigung aus dem Downtrend-Kanal erst mal bekommen mit schönem Volumen. Trotzdem auch hier möglicherweise noch mal ein, zwei Tage abwarten. Also ich möchte hier eigentlich sogar noch mal ein tieferes Tief sehen, dass wir hier noch mal die Bestätigung sehen und dann nach oben hin ausbrechen. Vorher möchte ich hier ehrlich gesagt noch nicht wirklich wieder in den Long-Trade reingehen und auch mal so ein bisschen gucken, was die Aktienmärkte jetzt die nächsten Tage machen. Ansonsten gibt sich wirklich viel zu besprechen. Gerne mal unten noch eure Meinung reinschreiben, kriegen wir es all time high jetzt oder nicht beziehungsweise gehen wir weiter nach oben, sogar Richtung 80.000 US-Dollar. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder zu einem Update-Video. Das war es von mir. Gerne Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer,